schauen wir doch mal aber wieso setzte hier kein peter um das jetzt noch mal machen keine warte ich kann das hier geht er macht es erst ab drei ab zwei höhe so warte mein gedanke war das von unten hier reproduzieren ich weiß nicht mehr wie das unten ausgesehen hat ja siehst du genau deshalb habe ich mir gedacht dass es hier nicht aufgeht ich weiß gar nicht ob ich hier oben überhaupt noch mal was hin machen sagen das wäre glaube ich die richtige proportion 4 hoch 4 hoch passt ich will das jetzt kurz ausprobieren ob das irgendwie so passt wie ich mir das vorstelle man hat ja ein bild vor augen aber sicher zu sein dass es passt immer so eine sache und das zu hoch Okay. Wisst ihr, was mir daran nicht gefällt? Dass es oben nicht glatt ist. Und das mit den Pfeilern unten, das sieht auch nicht schön aus. Oh, da hinten sind zwei Zombies. Ein Creeper auf jeden Fall. Okay. 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 Nee, es passt mit den Bricks, mit den Marble Bricks passt überhaupt nicht. Dann wahrscheinlich eher noch Stone Bricks. Okay. 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 Weil ich am überlegen bin, ob ich hier überhaupt eine zweite Etage brauche. Und ob es nicht sogar eine Etage tut. Ich muss mal gerade gucken. Vielleicht kann man damit was designen. Das sind ja keine ganzen Blöcke. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich die gemacht habe. Okay. Ich glaube so. Ja. Hä? Wo ist der Unterschied von den zwei? Nein. Gibt es nicht. Wahrscheinlich, wenn sie einmal platziert waren. Ah, wenn du die nochmal rein machst. Okay. Das ist ja Blödsinn. Das sehen ja genauso aus. Okay. Also ich möchte da natürlich irgendwie noch ein Design Element mit drin haben. Deshalb bin ich da immer überlegen, wie wir das hinkriegen. Wenn wir das so über die... Da sind keine glatten Stämme. Da kriegen wir es vielleicht eher hin. Ja, das ist denke ich okay. Ich mach mal den Boden hier noch. So. Das bin ich wirklich. Warte mal. Das bin ich. Warte mal. Aber. Das bin ich nicht. Warte mal. Nein, okay. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt. Für die nächste Aufnahme von Hofbergmann. Und ja, da habe ich ein Problem. So, okay. Das passt erst mal. Ja, warte mal. Wir haben doch Schüssel. Können wir doch Koppel verlegen und den dann schüsseln. Vielleicht den hier. Scheiße. Ne, sieht nicht gut aus. Irgendwas, was sich verbindet. Ja, so was ist besser. So ist gut. Ja, ja, ja. So können wir das besser. Ich habe keine Dings da mehr. Keine Vateln. Alter, noch mehr Kohle. Ich glaube, ich spinne. Ich könnte hier eigentlich auch schon ein direktes Dach draufsetzen. Muss ja kein hohes Haus sein. Soll ein kleines Lager werden für die Erze. Erze. Setz mir hier ein... Oh, oh. Achso, ist kaputt. Setz mir hier ein Slapdach drauf und dann war es das. Passt ja. Wie viele XP hat denn die? Oder wo sieht man die XP? Ich sehe die nirgends. Keine Ahnung, wie die nochmal leveln soll. Die orbital hat esart? Oder wo spielt das? Schöpfeinander Wie viel ist das? Was ist das? Im manipul banget. Einer Timber hartet das ja auch eine Und dann geht es mir auf einmal das alles rein. Was ist das? ich habe gerade auch noch eine andere idee könnten wir ja ein mittelregal reinziehen dann sollte man noch mehr platz haben tut 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 so kein platz mehr ich balle hier extra das zeug in den rucksack aber trotzdem kein blitz so im grunde müssen wir aber noch hat immer wenn ich hier dann die kisten 1 6 oder die draw einsetzt doch passt genau ich habe keinen platz mehr so las mal gucken das als boden ist denke ich okay für so ein lager so warte wenn wir hier jetzt auch mal durchrechnen gleich moment so ich mache das gerade noch fertig hier so wenn wir das nämlich durchziehen hier dann haben wir hier platz für 9 draw äh ne für 12 24 36 48 für 60 draw das müsste erstmal wirklich genügend platz sein ich mach das einfach mal ich weiß nicht ob man da durch gucken kann ob man da irgendwas sieht aber designtechnisch ist es dann auf jeden fall safe so dann ist unser erstes gebäude soweit fertig wie gesagt ich werde da wird man dann direkt das dach drauf setzen ohne zweite etage erstmal für die ressourcen die zum beispiel in die schmelze müssen und ja soviel dazu ich denke es wird am ende gut aussehen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like abo oder kommentator und schaut gerne morgen wieder rein um 16 uhr haut rein macht's gut bis dahin ciao ciao Vielen Dank.